Wir haben erst mal ins Auge, das Ding ist, wir dachten es wäre smart, wenn wir das Oberkörper frei machen und deswegen, ja ich weiß, das habe ich herausgefunden auch, alle Oberkörper frei, ich hatte auch noch genau die Hose halt an, die habe ich runtergezogen, weil ich nicht wollte, dass die auch voll mit Pfeffersprays, aber weil die unten war, ist das ganze Pfefferspray quasi in Schritt gegangen und das habe ich halt gerade noch gemerkt hier, ja weil ich bin ungefiltert hier drunter. Oh Junge, naja. Ja, das war auch. Mein Papa hat aber gesagt, du musst weh tun. Ich glaube, du musst den ganzen Tag schreien, oder? Ja, ja. Ja, ja. Aber hast du dich jetzt nochmal gewaschen oder was machst du jetzt? Ne, das ist ja das einzige Teil, was bei der Aktion dabei war, was nicht gewaschen wurde und das merke ich auch gerade.